Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, Update Video, heute mit vier neuen Minis. Einmal einen Ben, keine Ahnung was das für ein Ben ist, aber okay, Ben. Dann eine Millie, Classic Flynn, einen Alien Paxton oder sowas und zwei neue DVDs. Einmal, da platzen einen doch die Puffer und die Thomas Methode. Und dann sieht es so aus, da platzen einen doch die Puffer, habe ich gerade eben schon geguckt. Und die Thomas Methode werde ich mir heute nochmal angucken, oder morgen, werden wir sehen. Mit der Thomas Methode, zu viele Feuerwehrloks, habe ich die erste Lieferung. Der verlorene Schnaufer und Gordon verliert Wasser. Und natürlich ist hier hinten auch der Fehler drauf, werdet ihr eh schon alle wissen, mit Stefan. Sind halt die Sprecher jetzt. Und zwar, da platzen einen doch die Puffer, sind. Da platzen einen doch die Puffer, schnell zur Rettung. Eine Überraschung für den dicken Kontrolleur, Percy und die Dampforgel. Der Überraschungstag. Der Sodo-Überraschungstag. Ja, und dann war es jetzt ein bisschen hier. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.